Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so einen Lauch bzw. Poree richtig schneiden und vor allem auch zu verwaschen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir ein Schneidebrett, natürlich unseren Lauch und vor allem auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem Stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Nun müssen wir hier unten einmal die Wurzeln abschneiden, diese können wir nicht mitessen. Und dann drehen wir den Lauch einmal um und sehen, dass hier vorne meistens auch schon die Stängel, nenne ich sie, einfach einmal schon leicht angedruckt sind. Und diese sollten wir auch einfach einmal mit abschneiden, dass sie wieder etwas frischer vorne ausschauen. Der grüne Teil hier vorne ist übrigens auch essbar. Er schmeckt zwar etwas holzig, doch hier befinden sich die meisten Nährstoffe von diesem Lauch und für manche Rezepte ist das einfach perfekt geeignet. Nun müssen wir unsere Stange jetzt aber erst einmal halbieren und danach gehen wir auch schon weiter zum Waschen von diesen. Denn zwischen den einzelnen Lagen befindet sich leider relativ oft noch viel Erde und diese müssen wir jetzt einmal rausbekommen. Jetzt können wir ihn entweder in gleich große Ringe schneiden, hat einfach den Sinn, dass sie natürlich beim Kochen danach ganz einfach zerfallen. Oder wir schneiden uns solche mundgerechten Stücke noch herunter und können dann den Lauch in solche kleinen Streifen hier schneiden. Das machen wir jetzt logischerweise mit dem ganzen Lauch hier noch und somit haben wir diesen auch schon richtig gewaschen, richtig geschnitten und können ihn für bestimmte Gerichte verwenden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein hochwertiges Küchenmesser, solche Kochhandschuhe hier oder auch ein richtiges Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines von diesen Untersiedeln hier einmal zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.